Hey yo, tatütata, der Daniel ist in der Schweiz schon wieder da. Ich chilles hier gerade an diesem Fluss, Alter. Ich habe gerade hier reingepinkelt und reingespuckt. Und ich weiß ganz genau, meine Spucke und meine Urin wird durch Duisburg fließen. Aber ich bin hier gerade in der Schweiz, in Borsel. Ja, das muss ich einfach machen, Alter. Nur ein Zeichen setzen. Aber guckt euch mal an. Hier, das ist so eine ganz traditionelle Fähre hier, das ist voll traditionell, so Basel-Style, Münster-Fähre nennt sich das. Der hat hier so Seilteile, hier der hat so Seil, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt. Hier, hier ist ein Seil, darüber ist direkt das zweite Seil. Darüber zieht er sich halt über das andere Ufer, oder ans andere Ufer besser gesagt. Und das ist halt voll die Tradition hier in Basel und so. Wo ich halt mal gezeigt und gesagt habe, Alter. Ja, okay, auf jeden Fall sage ich, dann hier ruck die Schweiz und fuck you alle in Deutschland. Alle außer meiner Mutter. Alle fuck you, Alter. Peace.